Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Heute ist es soweit, die Auflösung, welches Nebenprojekt werde ich als nächstes angehen. Vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Auf der Seite sind es genau 123. Ihr seid ja echt verrückt. Echt ey. Auf dem dritten Platz ist gelandet. The Movies. The Movies wird demnach erst später weitergeführt. Ich habe auch noch mal reingeguckt, wie das genau laufen soll mit dem Film erstellen und es ist unglaublich kompliziert. Von daher bin ich da gar nicht mal so unfroh, dass es nur auf Platz 3 gelandet ist. Im Gegensatz zum zweiten Platz. Auf Platz 2 ist Anno 2070. Das bedeutet, nachdem ich Platz 1 fertig gespielt habe, werden wir uns an Anno 2070 machen. Aber das Ding ist, ihr habt ständig geschrieben, entweder Endlosspiel und keine Kampagne und Tiefsee Addon. Ich habe das Tiefsee Addon aber gar nicht und ich müsste mich erst mal so reinspielen. Aber da wird euch schon was einfallen. Vielleicht mache ich da irgendwie so ein Let's Play Together Projekt. Mal schauen. Auf Platz 1 ist gelandet. Trommelwirbel. Minecraft. Genau. Wenn wir uns mal anschauen, was Minecraft alles für Kommentare bekommen hat. Also von der Anzahl her ist das echt unglaublich. Schauen wir uns das erste an. MegaOlpa sagt SimCity, nicht Minecraft. Ah, okay. Gut, dann ist bei der Auszählung eins schiefgegangen. Okay, vielleicht auch zwei hier mit. Bitte kein Minecraft. Okay, dann sollte ich das doch nochmal genauer durchlesen. Äh, vier bitte nicht Minecraft. Wenn du Minecraft machst, erhänge ich mich. Hm. Na gut, ich zähle das nochmal kurz durch. Nehmen es hin. Elf Minuspunkte für Minecraft. Damit ist es disqualifiziert. Auf Platz 1 ist demnach SimCity 4. Wie erwartet wollt ihr weiterhin SimCity 4 sehen. Ähm, wir sind jetzt bei Folge 20. Ich schau mal, wie ich das mit der Region mache. Wahrscheinlich San Francisco. Ich bin aber gerade noch dabei, eine neue Region auszurändern. Aber das dauert und ist kompliziert. Aber naja, schauen wir auch mal, ob wir irgendwie das eine oder andere Mal ein paar Mods vorstellen, damit das Ganze optisch ein bisschen aufgehübscht wird, um die Wartezeit für SimCity 5 zu verkürzen. Das ist ja schon im März. Komm, das sind ja gerade mal noch Anfang März, glaube ich. Dann sind es ja nur noch zwei Monate. Ich freue mich mit ein kleines Kindes Weihnachten. Okay, in diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Abstimmen und viel Spaß bei SimCity 4. Ich denke mal, dass morgen dann die erste Folge kommen wird. Bis dann. Ciao.